Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Soll Deutschland Geflüchtete aus Moria aufnehmen? Soll der Bundeswehreinsatz in Afghanistan fortgesetzt werden? Und sollen strengere Transparenzregeln für Abgeordnete gelten? Für die PolitikerInnen stehen in den Sitzungswochen eine Menge Abstimmungen auf dem Plan. Und das sind nur ein paar Beispiele für Themen, über die Abgeordnete sich eine Meinung bilden müssen. Wer an das Thema Abstimmungen denkt, hat schnell ein Bild vor Augen. Abgeordnete heben die Hand oder werfen ihren Stimmzettel in eine Urne. Ja, Nein, Enthaltung. Die Abstimmung ist das krönende Ende und gleichzeitig nur ein kleiner Teil im Gesetzgebungsverfahren. Denn wie Gesetze überhaupt entstehen oder was vorab in den Ausschüssen passiert, sind noch einmal eigene Kapitel der parlamentarischen Arbeit. Darüber haben wir in den ersten beiden Folgen von Unter der Lupe gesprochen. Heute möchte ich herausfinden, ob die Abgeordneten überhaupt die Zeit dafür haben, sich in jedes Thema genau einzuarbeiten und wie viel persönliche Meinung tatsächlich in den Abstimmungsergebnissen der einzelnen Fraktionen steckt. Schließ nicht stimmen Abgeordnete einer Fraktion in der Regel einheitlich ab. Da kann es für einzelne Abgeordnete schwierig werden, wenn sie mal nicht hinter einem Gesetz stehen. Heute haben wir uns ausnahmsweise einmal zwei Gäste eingeladen. Corona-bedingt habe ich allerdings einzeln mit ihnen gesprochen. Unser erster Gast ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Patrick Schnieder. Seine Aufgabe ist es, Mehrheiten für die im Plenum anstehenden Abstimmungen zu organisieren. Denn die Fraktionen, die zur Regierungskoalition gehören, haben zwar die Mehrheit im Parlament, in der Praxis muss diese aber immer wieder geprüft werden. Unsere zweite Gästin ist Katharina Drögel, ebenfalls parlamentarische Geschäftsführerin, aber bei den Grünen und damit in der Opposition. Mit ihr spreche ich darüber, ob das einen Unterschied für ihre Arbeit als Geschäftsführerin bedeutet und auf welche mit Hodesee zurückgreift, um vielleicht auch mal die Regierungsmehrheit zu kippen. Und nicht vergessen, falls ihr ein Fachwort nicht kennt, schaut einfach mal in den Shownotes nach. Dort habe ich euch ein kleines Glossar zur Folge angelegt. Aber jetzt geht es los mit Herrn Schnieder von der Unionsfraktion und der Frage, ob es Abgeordneten überhaupt möglich ist, sich zu jedem Gesetzesvorschlag eine Meinung zu bilden. Jedenfalls versuchen wir das. Das ist in bestimmten Wochen schon sehr umfangreich, was als Pensum vorliegt. Und deshalb haben wir uns ja im Bundestag in Fraktionen organisiert. Dort findet arbeitsteiliges Vorgehen statt. Da gibt es Kollegen, die Experten sind. Die tragen das dann wöchentlich in der Fraktionssitzung auch vor, sodass man sich dann ein Bild machen kann. Und wenn man meint, man muss das ein oder andere noch vertiefen oder hat Fragen, dann kann man das selbstverständlich tun. Selbst oder mithilfe der Kollegen eben. Lesen Sie dann alle Gesetzesvorlagen vor den Abstimmungen durch? Nein, die kann ich nicht in Gänze durchlesen. Das würde jeden Abgeordneten überfordern. Das sind ja oft 30, 40 Tagesordnungspunkte in einer Woche, die dort abgehandelt werden. Und so Gesetzestexte sind unterschiedlich lang. Das geht mal relativ kurz auf drei bis fünf Seiten. Aber es gibt auch Gesetze, die haben hunderte von Seiten. Das kann man nicht alles durchstudieren. Das machen dann die Experten, also die Kollegen, die genau mit diesem Thema befasst sind. Und man selbst verlässt sich auf den Vortrag der Kollegen, auf das, was kurz zusammengefasst mitgegeben wird, was man in Plenardebatten dann auch mitbekommt oder im Ausschuss. Und dann ist man aufgefordert, selbst an den Stellen, die man kritisch sieht oder wo man weiteren Bedarf hat, nachzufragen oder sich mehr Kenntnisse zu verschaffen, dann dort selbst nachzuhören. Ist das jetzt der Gong für die nächste Abstimmung, der ansteht? Jetzt kommt eine Ansage, ja. Die namentlichen Abstimmungen zu den vier Änderungsanträgen der Fraktion der FDP zu Top 1a werden um 13.18 Uhr, also in etwa zehn Minuten, geschlossen. Diejenigen Abgeordneten, die ihre Stimmen noch nicht abgegeben haben, werden zur Stimmabgabe in die Westlobby gegeben. Wie lange haben Sie denn Zeit, um Ihre Stimmkarte abzugeben bei solch einer Abstimmung? In normalen Zeiten ist das eng beschränkt. Dann muss man unten im Plenum sein und am besten sofort seine Karte einwerfen. Das findet dann zwischen den Tagesordnungspunkten statt. Jetzt in Zeiten der Pandemie wollen wir das entzerren. Das ist ja ein großer Auflauf dann vor den wenigen Urnen, die dort unten stehen. Und deshalb haben wir jetzt 30 Minuten in der Regelzeit abzustimmen. Sie hatten es eben schon kurz angerissen, wie Sie sich vorbereiten, dass Sie irgendwie Nachfragen stellen bei den ExpertInnen aus der eigenen Fraktion. Aber wie kann man sich so ganz generell die Vorbereitung auf eine Abstimmung vorstellen? Das hängt von der Abstimmung und von dem Vorhaben ab, um das es geht. Und wie man selbst in diese Dinge involviert ist. In den Fraktionen haben wir hier arbeitsteiliges Arbeiten. Und das heißt, es gibt für, nicht nur für jeden Ausschuss, sondern innerhalb des Ausschusses, auch für bestimmte Themen, immer einen, der der sogenannte Experte ist, wir nennen das Berichterstatter, der sich um diese Dinge ganz intensiv kümmert. Und der bearbeitet die natürlich Tag ein, Tag aus. Jeder Abgeordnete ist also in einem Bereich verantwortlich für diese Dinge. Wenn ich also verantwortlicher bin, dann habe ich das natürlich alles parat. Dann gibt es die Abgeordneten, die in dem zuständigen Ausschuss sitzen. Dort werden die Sachen ja auch behandelt. Auch wenn ich nicht der Berichterstatter bin, bekomme ich das alles mit, kann mich an den Diskussionen beteiligen, bin bei den Anhörungen dabei und deshalb dort auch sachkundig. So, und die Abgeordneten, die nicht in dem entsprechenden Ausschuss sind, die bekommen das zumindest in der allgemeinen, der öffentlichen Diskussion und in der Fraktionssitzung mit, weil die Dinge vorgestellt, vorgetragen und dort auch diskutiert werden. Und so kann man sich ein Meinungsbild dort bilden. Bei einer Reihe von Fragen hat man eine klare Vorstellung, wo das hingehen soll und wie man dazu steht. Und dann gibt es immer einige Gesetzesvorhaben, wo man sich, das hängt eben vom persönlichen Horizont ab, wo man sich persönlich dann nochmal vertieft und damit auch befasst. Die wichtigste Etappe im Beratungsprozess rund um die Verabschiedung eines Gesetzes ist für Patrick Schnieder die dritte und damit letzte Lesung eines Gesetzentwurfs. Denn am Ende der Beratungen, die zum größten Teil in den Ausschüssen stattfinden, stimmen die Abgeordneten im Plenum über das Gesetz ab. Wie genau die Beratungen in den Ausschüssen funktionieren, erfahrt ihr in der zweiten Folge von Unter der Lupe. Aber zurück zum Thema. Weil immer verschiedene Gesetzesvorhaben gleichzeitig in Angriff genommen werden und diese unterschiedlich schnell abgehandelt werden, gibt es nicht so etwas wie eine typische Sitzungswoche. Wenn dann Abstimmungen über Gesetze auf der Tagesordnung stehen, müssen die parlamentarischen GeschäftsführerInnen dafür Mehrheiten in ihren Fraktionen organisieren. Als parlamentarischer Geschäftsführer gehören sie ja quasi zur Schaltzentrale der Union. Zu ihren Aufgaben zählt es dann, unter anderem Mehrheiten in der Fraktion zu organisieren. Wie funktioniert das denn genau? Ja, das hat erstmal damit zu tun, dass wir uns darum kümmern, dass die Kolleginnen und Kollegen ausreichend präsent sind, dass man eine Abstimmung nicht verliert, sondern dass man die gewinnt. Wenn man etwas durchsetzen will und dann schauen wir natürlich, wer ist anwesend bei einer Sitzung, wer ist krank, wer hat vielleicht andere wichtige Gründe und dann müssen wir eben schauen, dass die Präsenz entsprechend ist, dass die Kollegen da sind. Und dann gibt es natürlich, eigentlich bei jedem Gesetzesvorhaben, es ist selten, dass man so 100 Prozent mit allem übereinstimmt. Und diese Bedenken, die Einzelne haben, muss man natürlich ernst nehmen. Die nehmen die Kollegen ja zunächst mal ernst und das ist ihnen wichtig. Und darüber muss man dann sprechen, ob das dazu führen kann, dass man dem Gesetz überhaupt nicht zustimmt insgesamt oder ob man sagt, ich kann dem einen Punkt nicht folgen, aber ich will das Gesetz insgesamt nicht verhindern. Und dafür sind unter anderem, das ist ein kleiner Ausschnitt, unter anderem auch die parlamentarischen Geschäftsführer da, dass sie sich eben darum kümmern, wenn abgestimmt wird, dann haben wir auch eine Mehrheit. Frau Dröge, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man parlamentarische Geschäftsführerin in der Regierung oder in der Opposition ist? Also bei vielen Fragen glaube ich nicht, weil wir erstmal sehr ähnliche Aufgaben haben als parlamentarische Geschäftsführerin. Wir sitzen vorne im Bundestag, haben so ein Abstimmungsbuch, das überwachen wir, das auch nicht schief geht bei unserer Fraktion und auch beim Präsidenten vorne. Und das machen eigentlich die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen. Da arbeitet man auch eng gemeinsam zusammen. Aber es gibt trotzdem Punkte, die sich unterscheiden? Also höchstens bei der Art und Weise, wie wir vorgehen. Also beispielsweise bei Abstimmungen, die wir anmelden, achtet die Opposition natürlich darauf. Kann ich irgendwo das Abstimmungsverhalten der Regierung nochmal herauskitzeln? Wo sind Widersprüche, die die Abgeordneten in einer Regierungsfraktion haben? Können wir die sichtbar machen? Das sind Fragen, die wir uns stellen als Oppositionsabgeordnete, während die Regierung natürlich das gegenteilige Interesse hat. Sie möchte möglichst geschlossen auftreten und da achten die parlamentarischen Geschäftsführer natürlich der Regierungsfraktionen drauf. Herr Schnieder, mal angenommen, es herrscht Uneinigkeit in der Fraktion gegenüber einem bestimmten Gesetz, das auch von der Regierung eingebracht wurde. Wie kann man sich denn die Diskussion innerhalb der Fraktionen darüber vorstellen? Das läuft eigentlich immer nach dem gleichen Muster ab. Der Berichterstatter, also der Experte für diesen Bereich, trägt das in der Fraktion vor und dann wird darüber diskutiert. Dann tragen alle die, die etwas beitragen möchten zu der Diskussion, entweder dafür zu sprechen oder eben in einzelnen Punkten oder im Ganzen dagegen zu sprechen, ihre Meinung vor. Das ist eine Diskussion, die mal auf einzelne Nachfragen beschränkt ist, das ist aber hin und wieder auch eine Diskussion, die Stunden dauert. Und am Ende muss eben eine Entscheidung stehen, weil es natürlich immer darum geht, sind wir noch handlungsfähig und als regierungstragende Fraktionen, glaube ich, hat das nochmal eine besondere Bedeutung, sind wir damit auch noch regierungsfähig? Also können wir Dinge, die wir vorhaben, auch wirklich noch umsetzen? Und dem muss man gerecht werden. Und was machen Sie, wenn Abgeordnete nicht im Sinne der Fraktionen abstimmen wollen, was aber wichtig ist, um die Mehrheit zu halten? Wir haben in unserer Fraktionsordnung Regeln dafür aufgestellt. Wenn ein Abgeordneter sagt, ich kann einer Vorlage nicht folgen, dann hat er das den parlamentarischen Geschäftsführern zunächst einmal mitzuteilen. Und dann spricht man nochmal darüber, ob man dem Gesetz insgesamt nicht folgen kann, ob es nur einzelne Punkte sind. Es gibt Instrumente, wo man durchaus einem Gesetz zustimmen kann, aber seine Bedenken auch klar macht, der Öffentlichkeit. Man kann eine Erklärung abgeben, die auch im Protokoll veröffentlicht wird, wo man dann reinschreibt, ich stimme zwar dafür, aber ich bin nicht in allen Punkten damit einverstanden. Und dann listet man seine Argumente auf. Auf die Möglichkeit kann man dann hinweisen, darüber diskutieren. Und am Ende steht immer die Entscheidung des Abgeordneten, wie er sich verhält. Und es gibt da keinen Zwang ganz am Ende, wie man abstimmt, sondern das bleibt eine Entscheidung des einzelnen Abgeordneten. Man kann nur versuchen, ihn zu überzeugen, in die eine oder die andere Richtung zu gehen. Was tun Sie denn, Frau Dröge, wenn Abgeordnete entgegen der Fraktionsmehrheit stimmen wollen? Also zum einen redet man natürlich nochmal mit den Abgeordneten und fragt, ob es nicht doch noch Brücken und Wege gibt, zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen dann einfach, nee, ich möchte da ganz dezidiert auch gar nicht mehr reden. Ich stimme anders und dann ist das so. Und viele lassen sich aber auch noch überzeugen und wo man dann als Fraktionsvorstand darauf achtet, ist, dass man vielleicht dann Druck aus so einem zeitlichen Verfahren nimmt, um Kompromisse nochmal zu finden. Oder hat man ein bisschen mehr Autorität als Fraktionsvorstand zu sagen, guck mal, fürs große Ganze wäre es aber jetzt super, du gibst dir nochmal einen Ruck. Aber das sind einfach, die einzige Möglichkeit, die wir haben, sind persönliche Gespräche. Herr Schnieder, haben Sie denn selbst schon mal entgegen der Fraktionsmehrheit gestimmt? Da muss ich jetzt scharf überlegen. Daraus mag man ersehen, allenfalls kann das ein Einzelfall gewesen sein. Nein, ich glaube nicht, aber ich habe mindestens einmal, vielleicht auch mehrfach, eine solche Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung, wo man sein Abstimmungsverhalten erklärt. Das ist ja meistens dann der Fall, wenn man zu einzelnen Punkten Bedenken hat. Das habe ich schon mehrfach gemacht, ja. Okay. Geht es den Abgeordneten der Regierungsfraktionen bei Abstimmung nicht, aber vor allem auch darum, die eigenen MinisterInnen zu stützen, dadurch, dass man bei Vorhaben und Gesetzen auch mit Zustimmung diese dann durchwinkt? Also als Fraktion, die eine Regierung stellen, haben wir ja einen Auftrag, nämlich dieses Land zu regieren. Und wir sind dann natürlich gefordert, im Bundestag Mehrheiten für das sicherzustellen, was wir umsetzen wollen. Also die Regierung kann ja auch nicht im luftleeren Raum handeln. Sie braucht zur Grundlage oftmals Gesetze. Sie braucht aber zum Beispiel auch finanzielle Mittel. Und Handlungsfähigkeit können wir nur sicherstellen, wenn wir auch unsere Mehrheit sicherstellen können. Also es geht da immer um Interessen des Bundestages, des Plenums, aber es geht natürlich auch darum, Interessen der Regierung, die von der Mehrheit im Bundestag ja getragen wird, umzusetzen. Kommen also teilweise Mehrheiten nur durch erzwungene Loyalität zustande? Nein, der Abgeordnete entscheidet am Schluss immer nach seinem Gewissen. Er entscheidet immer selbstständig ein Zwingen zu einer bestimmten Handlung. Ist nicht vorgesehen, es steht auch nicht so in unserer Arbeitsordnung, sondern der Abgeordnete entscheidet komplett alleine am Schluss, wie er sich verhält. Im Artikel 38 im Grundgesetz heißt es, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen unterworfen sind. In der Geschäftsordnung des Bundestages steht das ganz ähnlich. Genau genommen bedeutet das, dass Abgeordnete nach persönlicher Überzeugung abstimmen sollen, so wie es ihrer Meinung nach am besten ist. Theoretisch müssen sie also keine Anweisung der Fraktionen befolgen. Im Parlament gibt es aber die sogenannte Fraktionsdisziplin. Das meint, dass alle Abgeordneten einer Fraktion bei Abstimmungen einheitlich stimmen. Der ehemalige SPD-Abgeordnete und mittlerweile Fraktionslose Marco Bülow hat die Konsequenzen, die auf Abstimmungen entgegen der Mehrheit folgen, allerdings sehr viel härter beschrieben. Wer sich wiederholt gegen die Parteilinie stelle, könnte fraktionsintern Probleme bekommen. Das könnte ein schlechterer Listenplatz sein oder auch die Konsequenz, gar nicht mehr für die Bundestagswahl aufgestellt zu werden. Oder diejenigen Abgeordneten, die wiederholt entgegen der Mehrheit abgestimmt haben, könnten übergangen werden, wenn zum Beispiel spannende Posten vergeben werden. So jedenfalls hat Bülow das in seinem Buch Wir Abnecker über Macht und Ohnmacht der Volksvertreter beschrieben. Eine Ausnahme mit Hinblick auf die Fraktionsdisziplin gibt es aber. Und das ist die Gewissensfrage. Aber dazu später mehr. Nur durch ein geschlossenes Abstimmungsverhalten lassen sich ja die parteipolitische Linie und auch die Gesetzesvorhaben letztendlich durchwinken. Funktioniert Politik beziehungsweise Abstimmung dann also nur mit der Fraktionsdisziplin? Nein, das ist relativ selten, dass das zum Einsatz kommt oder dass diese Mechanismen ergreifen. Es schließen sich ja nicht aus heiterem Himmel Abgeordnete zu einer Fraktion zusammen, sondern sie bewegen sich auf einem gemeinsamen Fundament. Sie haben gemeinsame Vorstellungen. Sie haben in einem Wahlkampf mit den gleichen oder ähnlichen Argumenten und Standpunkten versucht, Wähler zu überzeugen. Dem fühlen sie sich natürlich verpflichtet. Und deshalb ist es in vielen, vielen Fällen für die meisten selbstverständlich, in welche Richtung etwas geht. Das kommt in der Regel in Einzelfällen vor. Aber auch dann braucht man Mehrheiten in der Demokratie. Ohne Mehrheiten funktioniert nichts. Frau Dröge, können denn Abgeordnete die politische Linie überhaupt beeinflussen, wenn sie zumindest in den meisten Abstimmungen an die Fraktionsdisziplinen gebunden sind? Absolut. Man hat ja in einer Fraktion ganz viele Möglichkeiten als Abgeordneter, die Fraktionsposition zu beeinflussen. Und gerade wenn man für ein Fachthema zuständig ist, ist man meistens sogar derjenige, gerade in der Opposition, der die Position der eigenen Fraktion beeinflusst, vorgibt, berät. Im Wirtschaftsbereich, den ich auch mache, schlage ich oft vor, wie stimmen wir ab bei einem bestimmten Gesetz. Und dann können meine Kollegen sagen, sehen wir anders. Und dann ringen wir miteinander. Und im Zweifel stimmt so eine grüne Bundestagsfraktion dann auch einfach mit Mehrheit ab. Und wenn ich es geschafft habe, genug meiner Kolleginnen auf meine Seite zu ziehen, dann kriege ich die Mehrheit. Und dann ist so ein bisschen die Hoffnung, und das ist das, was man dann Fraktionsdisziplin nennt, dass die anderen, die verloren haben, trotzdem damit leben können, im Sinne der Gemeinsamkeit, sich dann so einer Mehrheitsposition anzuschließen. Und deswegen dauert das oft auch so lange, weil man dann im Zweifel auch nochmal auf die zugehen muss, die verloren haben und sagen muss, wenn ich jetzt noch das und das ein bisschen ändere, ist das dann für dich leichter, mit uns zu stimmen. Und so entstehen dann die klassischen Kompromisse, die dann auch sehr gehütet werden und wo keiner dann mehr davon abweicht, damit bloß dann die Gemeinsamkeit auch nicht verloren geht. Sollten die Fraktionen sich ihrer Meinung nach ein Stück weit losmachen von der Fraktionsdisziplin? Also ich glaube von der Fraktionsdisziplin nicht, weil tatsächlich kann man sonst Politik schwer organisieren. Was ich glaube, wovon wir ein Stück weit wegkommen sollten, ist, dass Regierungsfraktionen automatisch immer die Anträge der Oppositionsfraktionen ablehnen und dass Regierungsfraktionen so selten auf Oppositionsfraktionen zugehen, um mit ihnen gemeinsam Anträge zu machen. Das, finde ich, ist etwas, wo der Bundestag weiterkommen sollte, was viel zu selten passiert und auch manchmal zu so ganz absurden Argumentationsmustern führt, dass zum Beispiel eine Oppositionsfraktion einen Antrag einbringt und die Regierungsfraktion das eigentlich richtig findet, aber weil er von der Opposition kommt, wird er abgelehnt. Und dann bringen die vier Wochen später nahezu denselben Antrag nochmal ein als ihren und stimmen dann zu. Und dann sagt man als Opposition, ja gut, wo ist denn jetzt der Unterschied zu dem, was wir vor vier Wochen gemacht haben, außer dass es von uns kam. Und dann müssen die so ganz wilde Argumentationsschleifen machen, um das irgendwie noch rechtfertigen zu können. Und dann frage ich mich immer, wenn ich mal in der Rolle wäre, wir Grünen würden ja auch gerne irgendwann mal wieder regieren, das fiel mir total schwer, mich da nicht albern und lächerlich zu fühlen. Etwas, wo eigentlich sonnenklar ist, dass ich es genauso sehe, wie die Opposition dann mit so wilden Schlenkern weg argumentieren zu müssen. Glauben Sie denn, Herr Schnieder, dass Abstimmungen anders ausfallen würden, wenn Abgeordnete weder den Druck der Fraktionsdisziplin hätten, noch der Versuchung des Ausstiegs ausgesetzt wären? Entweder das eine noch das andere ist zutreffend. Es gibt in Einzelfällen mal dieses Verfahren, das wir mit Fraktionsdisziplin umschrieben haben, sondern Abgeordnete bringen sich ein, bringen ihre Argumente ein, um eine mehrheitliche Auffassung hier festzustellen in der Fraktion. In den allermeisten Fällen ist das auch gegeben, ohne dass es irgendein Problem gibt, sondern es sind Einzelfälle, wo man mit bestimmten Dingen nicht umgehen kann. Aber das hat weder etwas mit Fraktionsdisziplin zu tun, noch glaube ich, dass das ein persönliches Motiv bei Einzelnen, ob das mit Aufstieg etwas zu tun hat. Das ist übrigens nicht auf Regierungsfraktionen beschränkt, was Sie dort schildern. Das gilt für alle Parlamentarier, für alle Fraktionen. Die bilden alle ihre Meinungen so, wie ich das für uns beschrieben habe. Aber der erste parlamentarische Geschäftsführer, Michael Große-Brömer, der hat, habe ich gelesen, ein ziemlich strenges Verfahren, wenn Abgeordnete entgegen der Mehrheit stimmen wollen. Dass er sich, gerade wenn es jüngere Abgeordnete sind, sich erst mal mit denen zusammensetzt und sagt, wäre jetzt nicht so gut, wenn Sie so und so abstimmen würden, gehen Sie doch lieber mit der Fraktion mit. Wenn das nicht klappt, sagt er auch, Sie sollten vielleicht lieber mal einen Kaffee trinken gehen. Oder wenn Sie auch da nicht zustimmen wollen, dass Sie sich dann zumindest doch bitte nicht nach vorne in die erste Reihe setzen sollen. Wie passt das denn zusammen mit dem, was Sie gerade erzählt haben? Das klingt ja doch relativ streng. Das hört sich fast so an, als wären Sie bei einem solchen Gespräch dabei gewesen. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Ich fahre es jedenfalls noch nicht. Ich habe selbst solche Gespräche geführt. Wir teilen uns das ja als parlamentarische Geschäftsführer auch auf. Und dann spricht man mit den Kollegen über die Sache, über die Gründe. Man spricht über den Umstand, ob zum Beispiel ein Abweich in einem einzelnen Punkt gleich dazu führen muss, dass ich das Gesetz komplett ablehne. Man spricht über die Möglichkeiten, die man darüber hinaus hat. Ich habe diese Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung genannt, sein Abstimmungsverhalten zu erklären und auch im Protokoll zu veröffentlichen. Und dass es vielleicht auch mal den Hinweis gibt, wenn man abweicht, dass man das nicht unbedingt dann zelebrieren muss, sagt das immer in Anführungszeichen, den kann man dann geben, wenn man meint, dass der Kollege das unbedingt nötig hat. Man tut da mit den anderen Kollegen ja, wenn man das so zelebriert, ja auch ein gewisses Zeichen. Das muss dann vielleicht nicht sein. So könnte ich mir so etwas allenfalls erklären. Aber ich habe das noch nicht erlebt. Weder war ich bei einem solchen Gespräch dabei, noch ist bei Gesprächen, die ich geführt habe, auf so etwas hingewiesen worden. Also das funktioniert bei uns alles sehr freundschaftlich und zivilisiert. Natürlich war ich nicht bei einem solchen Gespräch dabei. Wie Groß Brömer mit Abweichlern bei Abstimmungen umgeht, hat er allerdings JournalistInnen der Süddeutschen Zeitung erzählt. Den Artikel verlinke ich euch in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder bei dem Gespräch mit Katharina Dröge angelangt. So wie bei Patrick Schnieder innerhalb der Union ist es ihre Aufgabe, Mehrheiten bei den Grünen zu organisieren. Doch dass alle Abgeordneten im Plenarsaal zusammenkommen, kommt vor allem dann vor, wenn namentliche Abstimmungen anstehen. Haben die PolitikerInnen keine Zeit oder Lust, zu den Debatten zu kommen, Frau Dröge? Nee, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich super spannend, bei den Debatten dabei zu sein. Und insbesondere seit ich als parlamentarische Geschäftsführerin auch bei vielen Debatten anwesend bin, die gar nicht so sehr in meinem Wirtschaftsbereich liegen, denke ich nochmal, es ist eine Riesenbereicherung. Aber wir sind in Wahlkreiswochen, nicht in Berlin. Und in den Sitzungswochen, wo der Bundestag tagt, das sind so 21 bis 23 Wochen im Jahr, gibt es unfassbar viele Dinge, die wir gleichzeitig zur Bundestagssitzung regeln müssen. Teilweise tagen sogar Fachausschüsse, wo die Abgeordneten dann miteinander nochmal drinsitzen, parallel zum Bundestagsplenum. Dann sitzen die Leute im Europaausschuss und gleichzeitig ist die Regierungsbefragung im Plenum. Das lässt sich gar nicht anders organisieren, weil so viele Termine parallel stattfinden. Oder man hat ein Expertengespräch für ein Gesetz, was stattfindet. All das muss leider, weil so wenig Zeit ist, auch parallel zum Plenum stattfinden. Und deshalb haben sich die Fraktionen darauf verständigt zu sagen, wir bewerten die unterschiedlichen Themen nach Bedeutung. Und dann gibt es Fachdebatten, die sind sehr speziell für bestimmte gesellschaftliche Gruppen relevant. Und dann kommen auch nur die Politiker, die sich damit ganz besonders gut auskennen, aller Fraktionen. Und dann gibt es Themen, die sind sehr groß und von übergeordnetem Interesse für das ganze Land. Und dann sagen wir, auch als parlamentarische Geschäftsführer, wir machen da Vorgaben. Wer muss kommen? Wie viele müssen kommen? Dann gibt es so etwas wie Präsenzpflicht Gesamtfraktionen. So steht das dann in den Informationen. Und das weiß dann meine Fraktion, sie müssen alle kommen und wir prüfen auch, ob sie da sind. Also ja, man muss sich bei uns melden oder auch abmelden, ob man kommt oder nicht. Und dann gibt es so mittlere Abstimmungen, da sagen wir aus allen, da kommt vielleicht die Hälfte der Fraktionen und dann müssen die Abgeordneten melden. Komm ich, komm ich nicht. Und wir zählen dann und sagen, reicht nicht. Wir brauchen noch 13 Leute mehr. Guckt mal, dass ihr eure Termine verschoben kriegt. Und bei den kleinen Debatten sagen wir aber auch, wir können ja nicht mit fünf Leuten sitzen. Das ist mindestens 15. Und dann rufen wir die im Zweifel an. Und auch wenn die nicht kommen, wenn sie gemeldet sind, kriegen die einen Anruf von mir. Ich sitze dann vorne und sage, wo bist du? Du bist gemeldet. Dann gibt es Ärger. Ja, es gibt zumindest kein Sternchen in den Klassenbuch. Nein. Also auch da kann man nichts anderes machen, außer dann zu sagen, ey, das ist unsolidarisch. Du bist hier gemeldet, wir brauchen dich. Und das ist aber auch das, wo die Kollegen natürlich dann auch empfänglich für sind und sagen, sorry, ich bin aufgehalten worden, ich renne. So, dass die dann so angehetzt kommen. Und dann sagen die, ist in Ordnung. Wir haben auch ein bisschen früher angerufen, als du da sein musstest. Das sind dann so die Tricks, die man als parlamentarische Geschäftsführerin hat, dass man ein bisschen früher anruft, als so richtig notwendig gewesen wäre. Ja, und das wissen die natürlich auch von uns. Und wir machen es dann nett. Wir wollen ja jetzt auch nicht die Strengen sein, die alle immer nur anmaulen. Und am Ende kann uns keiner mehr leiden. Sondern wir versuchen es auch ein bisschen nett zu machen dabei. Haben Sie ein Beispiel dafür parat, was jetzt so eine Abstimmung wäre, wo auf jeden Fall alle von der Fraktion kommen müssen? Also bei wichtigen Wahlen muss natürlich die gesamte Fraktion kommen. Bei namentlichen Abstimmungen erwarten wir natürlich, dass die gesamte Fraktion da ist. Auch als wir zum Beispiel im letzten Frühling über die Aussetzung der Schuldenbremse abgestimmt haben, haben wir erwartet, dass die gesamte Fraktion kommt. So immer dann, wenn wirklich die Abgeordneten gezählt werden, ob sie da sind, dann haben wir in jedem Fall die Erwartung, dass alle unsere Abgeordneten auch da sind. Und ansonsten wird ja gar nicht gezählt, wer im Plenum sitzt, sondern bei den einfachen Mehrheiten schaut der Präsident, der die Mehrheitsverhältnisse feststellen muss, nach den Fraktionen. Und wenn er den Eindruck hat, dass das Verhältnis der Fraktionen zueinander stimmt, also viel mehr CDUler da sind als Grüne zum Beispiel, das muss sichtbar sein. So, dann kann er nach Fraktionen gehen und sagen, okay, CDU und SPD haben dafür gestimmt. Und selbst wenn die ganze Opposition dagegen gestimmt hat, wissen wir ja rechnerisch, deren Fraktionen haben eine Mehrheit. Und dann muss er nicht die einzelnen Abgeordneten nochmal zählen, die da sitzen. So, und dann verlangen wir auch nicht von unseren Abgeordneten, dass alle da sind. Es gibt, und das ist vielleicht ein Unterschied zur Regierungsfraktion, aber manchmal natürlich den Versuch der Opposition, da mal die Mehrheitsverhältnisse umzudrehen. Wenn man so denkt, die kommen vielleicht nicht vollständig und man möchte aber irgendwie einen Abstimmungserfolg haben, dann kann man natürlich seinen Abgeordneten sagen, heute ist zwar eigentlich eine nicht so wichtige Abstimmung, also wichtig im Sinne von, da kämen gar nicht so viele, aber kommt mal bitte alle. Und dann kann man das sogar mit den anderen Oppositionsfraktionen auch mal geheim verabreden. Geht zu den Linken, geht zur FDP, sagt, wäre super, wenn von euch auch alle kämen. Dann sitzen alle da. Wenn die anderen schlau sind von CDU und SPD, sehen die das natürlich und realisieren, okay, es ist gar nicht so eine Debatte, die wir so als High-Level eingeordnet haben. Die ganze Opposition ist da, die könnten was planen. Wenn die dann schlau sind, rufen sie ihre Abgeordneten an und sagen, ihr müsst jetzt alle kommen. Die Opposition ist hier sehr stark vertreten. Meistens, oder ein paar Mal ist es uns schon gelungen, dass die das verpennt haben. Und dann kam eine Abstimmung und dann schaut sich der Präsident das an und sagt, okay, nee, die Regierung hat hier keine Mehrheit. Weil, also die Regierungsfraktionen, weil es sind ganz offensichtlich mehr Abgeordnete der Opposition im Raum als Abgeordnete der Regierungsfraktionen. Und dann könnte der Präsident einfach sagen, Abstimmung verloren. Wenn allerdings ein Schriftführer der Regierungsfraktionen mit auf dem Präsidium sitzt, kann der sagen, ich sehe das anders. Und das muss der nicht beweisen. Der kann einfach behaupten, ich sehe das anders. Und in dem Moment würde dann ein Hammelsprung beginnen. Und dann würde wirklich gezählt. Und die Zeit nutzen dann die Regierungsfraktionen, um dann wirklich in großem Alarm alle Abgeordneten anzurufen. Und die kommen angerannt, um dann doch die Mehrheit herzustellen. Und dann schaffen sie es meistens am Ende doch noch zu gewinnen. Aber das sind so die Möglichkeiten, die die Opposition hat. Manchmal ganz, ganz, ganz selten gelingt es dann auch mal, ein Gesetz zu stoppen, was sehr kontrovers ist. Und dann muss das meistens noch mal ins zweite Verfahren. Und das ist sehr peinlich für die Regierungsfraktionen. Was genau ist denn so ein Hammelsprung? Also ein Hammelsprung bedeutet, dass alle Abgeordneten aus dem Plenarsaal, aus dem Raum, wo wir tagen, rausgehen müssen. Es gibt drei Türen. Davor müssen wir uns versammeln. Und erst, wenn der letzte Abgeordnete raus ist aus dem Raum, werden alle anderen Eingangstüren geschlossen. Der Plenarsaal hat viele Eingangstüren, dass auch niemand heimlich mehr reinkommen kann. Und dann stehen wir in einer Riesentraube, alle vor diesen drei Türen. Und auf einer Tür steht oben drüber Ja, auf einer Tür steht Nein. Und auf einer Tür steht Enthaltung. Das ist da immer so. Und dann müssen die Abgeordneten durch die Tür gehen, für die sie abstimmen wollen. Wer Ja stimmen will, muss durch die Ja-Tür gehen. Und dann stehen Schriftführer da und zählen die Leute, die da durch die Tür durchgehen. Und wenn der letzte Abgeordnete den Plenarsaal betreten hat, werden die Türen geschlossen. Wir kommen dann auch erst mal nicht mehr raus eine Zeit lang. Also wenn man dann aus Klomus hat man Pech gehabt. Da muss man erst mal drin bleiben. So lange, bis die Schriftführerinnen dann das Ergebnis festgestellt haben, zu Ende gezählt haben und dann das dem Präsidenten gegeben haben. Und dann liest er die Mehrheit vor. Wie lange dauert das im Zweifelsfall? So nach zehn Minuten haben die das im schlimmsten Falle gezählt. So lange hält jeder aus. Aber ich hatte schon mal das Problem, dass ich meine kleinen Kinder dabei hatte und dann ganz spontan ein Hammelsprung kam. Und eigentlich dürfen Menschen, die nicht Bundestagsabgeordnete sind, nicht den Plenarsaal betreten. Und ich habe gesagt, ja, die laufen aber weg, wenn ich die jetzt nicht mit reinnehme. So und dann wurde eine Ausnahme gemacht und die wurden dann natürlich nicht gezählt als Stimme. Aber durften dann mit rein, weil ich gesagt habe, auch zehn Minuten sind zu lang. Aber ein anderer Kollege hatte das Problem, das Kind war etwas älter, das durfte dann nicht mit rein und das stand dann heulend vor der Tür. Nein. Ja, das war ganz schlimm. Deswegen Hammelsprünge kommen manchmal sehr überraschend und das kann dann so lebenspraktische Probleme bedeuten. Je nachdem, um was für Anliegen es geht, gibt es im Plenum unterschiedliche Arten von Abstimmungen. Damit beispielsweise ein neues Gesetz beschlossen werden kann, muss eine Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmen. Im Normalfall wird das per Handzeichen erledigt. Ist das Ergebnis aber unklar oder auch die Abstimmung besonders wichtig, werden die Abgeordneten schon auch mal dazu aufgefordert, sich für die Zählung von ihren Plätzen zu erheben. So ist dann mit bloßem Auge schneller zu erkennen, wofür die Mehrheit stimmt. Bei wichtigen oder umstrittenen Entscheidungen werden namentliche Abstimmungen anberaumt. Dafür bekommen die Abgeordneten dann eine Stimmkarte mit ihrem Namen und müssen diese dann in die entsprechende Urne werfen. Also je nachdem, wofür sie sich entschieden haben. Für die meisten Anträge ist bei den Abstimmungen ja eine einfache Mehrheit nötig. Sie hatten es gerade schon kurz angerissen, aber was bedeutet das genau? Also eine einfache Mehrheit bedeutet, dass man eine Mehrheit der Menschen hat, die im Raum sitzen. Neben einem Hammelsprung können die Fraktionen ja auch eine namentliche Abstimmung beantragen. In welchen Fällen würde man diese Möglichkeit denn nutzen? Also bei einer namentlichen Abstimmung geht es ja ganz explizit darum, zu dokumentieren, wie der einzelne Abgeordnete abgestimmt hat. Und das macht man bei Fragen, die sehr brisant sind oder wo man denkt, dass sie so wichtig sind, dass die Menschen in ihrem Wahlkreis, die ja auch ihre Abgeordneten direkt wählen können, überprüfen können sollten, wie ihr Abgeordnete abgestimmt hat. Und dann vielleicht auch nochmal sich mit kritischen Fragen an den Abgeordneten wenden können. Warum hast denn du persönlich jetzt bei dieser Frage nicht anders gestimmt? Und wo wir das regelmäßig tun, sind Auslandseinsätze der Bundeswehr. Da wird das beantragt, weil man sagt, die sind so wichtig. Das sollte jeder wirklich mit seinem Gewissen vereinbaren können oder auch nicht. Und das muss man den Menschen erklären, warum man da für welche Positionen gestimmt hat. Und was wir auch machen als Oppositionsfraktion, ist zu schauen, ist ein Punkt kontrovers in einer Regierungsfraktion und gibt es vielleicht Abgeordnete, die eigentlich hinter so einem Kompromiss gar nicht stehen können und die vielleicht nochmal in eine besondere Verantwortung dadurch zu nehmen, dass sie namentlich abstimmen müssen. Und wenn man eine einfache Mehrheit ohne namentliche Abstimmung machen würde, dann könnten die sich ein bisschen dadurch verstecken, dass sie einfach nicht im Raum sind. Und dann sieht man einfach gar nicht, dass sie nicht mit abstimmen und sie müssen sich nicht so sehr verantworten und können vielleicht zu Hause auch sagen, ich persönlich sehe es ja anders, aber meine blöde Fraktion hat sich nun mal dafür entschieden. Und so ein bisschen macht man das als Opposition, um die, die vielleicht mehr die eigene Meinung haben, dazu zu bringen, mehr zu kämpfen in so einer Regierungsfraktion für eine andere Politik. Sei es zum Beispiel beim Thema Gentechnik. Da haben wir Grünen das sehr oft gemacht, weil wir wussten, es gibt in der SPD Abgeordnete, die genauso wie wir eigentlich eine sehr kritische Haltung haben mit Blick auf die Gentechnik und eigentlich mit Kompromissen mit der CDU gar nicht so gut leben konnten. Und dann haben wir gesagt, bei bestimmten Fragen, wir wollen jetzt mal sehen, ob ihr denn in einer namentlichen Abstimmung mit eurem Namen sagen könnt, das ist richtig. Und das machen die dann oft auch nicht. Dann haben die natürlich mit sich selbst Probleme und mit ihrer eigenen Fraktion Probleme. Das ist alles für die eine sehr unschöne Situation. Und man könnte denken, wir tun das dann nur, um die zu ärgern oder unter Druck zu setzen. Aber darum geht es uns gar nicht, sondern es geht dann eher darum, dass wir wissen, wenn die im Hinterkopf haben, da könnte nochmal eine namentliche Abstimmung kommen, ich muss mich nochmal rechtfertigen von meinen Wählerinnen, dass die dann vielleicht mehr Ärger machen in ihrer Fraktion und mehr Druck ausüben, dass diese Position so nicht akzeptabel ist. Ist also schon eine taktische Entscheidung. Genau, es ist immer wieder eine Entscheidung, wann macht man das, wann ist es wirklich sinnvoll, das zu dokumentieren. So ein bisschen bei Sachfragen, wo so sonnenklar ist, dass alle SPDler und alle CDUler ganz gemeinsam sagen, genau so soll es sein, macht das irgendwie keinen Sinn. Weil dann kommt da 100 Prozent SPD und CDU raus und alle sagen, gut, das hätten wir mit Handheben genau so erreicht, das Ergebnis so. Und es interessiert auch keinen so richtig, wer da dann wie abgestimmt hat. Und dann lässt man das als Opposition eher. Gilt denn dann bei so einer namentlichen Abstimmung also nicht die Fraktionsdisziplin? Doch. Und das ist ja der Punkt, der es dann für die Kollegen so schwer macht. Und deswegen ringen die dann an solchen Tagen extrem mit sich. Was mache ich denn jetzt? Stimme ich mit meiner Fraktion? Folge der Fraktionsdisziplin? Oder weil es besonders dokumentiert ist, wird es dann mehr zur Gewissensfrage? Da sind wir auch schon mal im Punkt. Was ist denn eine Gewissensfrage? Also für mich sind Auslandseinsätze, zum Beispiel eine Frage, wo ich immer für mich selber mir die Freiheit genommen habe, zu prüfen, kann ich das wirklich verantworten, da jetzt mit einer Fraktionslinie zu stimmen? Und bei Afghanistan zum Beispiel bei dem Mandat habe ich immer mit Nein gestimmt in den letzten Jahren, weil ich gesagt habe, ich halte das Mandat so nicht mehr für vertretbar. Ich habe das auch in meiner politischen Geschichte früher schon immer sehr schwierig gefunden. Deswegen war das jetzt für mich gar nicht so eine schwierige Frage, das so zu entscheiden. Aber manchmal ist das auch so, dass man in einem fachpolitischen Bereich total überzeugt von einer Sache ist. Ich persönlich bin zum Beispiel zu den Grünen gekommen und habe diese ganze Hartz-IV-Gesetzgebung sehr schwierig gefunden. Und meine Fraktion hat das vor vielen, vielen Jahren ja mal mit beschlossen. Da war ich 16, keine Ahnung, so sehr jung auf jeden Fall. Und ich habe immer dafür gekämpft, dass die Grünen da eine andere Position haben. Mittlerweile haben sie auch eine andere Position. Aber als ich ganz neu im Bundestag war, da gab es noch so eine Kompromissposition. Und da hat irgendwann die Fraktion Die Linke eine namentliche Abstimmung gemacht zu einem Antrag von sich selbst, wo sie die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen gefordert haben. Und weil meine Fraktion so ein bisschen was anderes wollte, hatten die eigentlich empfohlen, da nicht zuzustimmen. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich habe jetzt so lange dafür gekämpft. Ich kann da jetzt bei dem Antrag der Linken nicht zustimmen. Da habe ich zusammen mit einer Kollegin dann doch für den Antrag der Linken gestimmt. Habe das vorher angemeldet bei meiner parlamentarischen Geschäftsführung. Habe gesagt, nur dass ihr es wüsst, keine Überraschung. Ich kriege das jetzt nicht hin. Und dann war es auch in Ordnung. Wer entscheidet denn darüber, ob es sich um eine Gewissensfrage handelt? Also die ethischen Fragen sind eigentlich die, die zwischen Fraktionen ganz klar vereinbart werden. Und das ist auch fast nie eine Kontroverse. Also zumindest in den letzten acht Jahren, die ich jetzt im Bundestag war, war immer allen klar, dass das eine ethische Frage ist. Also irgendwann zum Thema Sterbehilfe oder Organspende oder so, das waren immer so Fragen, wo allen so ein klar war, das berührt so tief die eigenen Werte und die Frage, wie schaue ich aufs Leben, dass man das freigeben muss. Wenn wir BürgerInnen an den Gesetzgebungsprozess denken, gehören Abstimmungen ganz selbstverständlich dazu. Dabei ist das Verfahren nicht immer ganz einfach. Nicht nur wegen der verschiedenen Arten von Abstimmungen und das Ringen um Mehrheiten, sondern auch, weil viele Abgeordnete die Frage umtreibt, wie man nach bestem Gewissen abstimmen sollte. Nicht immer herrscht Harmonie innerhalb der Fraktionen. Und nicht immer ist eine Entscheidung leicht getroffen, zumal die Abgeordneten diese in ihrem Wahlkreis verteidigen müssen. Auch dann, wenn sie eigentlich lieber anders abgestimmt hätten. Falls ihr neugierig geworden seid, wie eure Abgeordneten abgestimmt haben oder ihr ihnen eine Frage stellen wollt, schaut doch einfach mal bei uns auf der Website vorbei. Wir dokumentieren alle namentlichen Abstimmungen und stellen euch Erklärungen und Infos dazu bereit. Die Seite verlinke ich euch in den Shownotes. In welchen Ausschüssen die Abgeordneten sitzen, ist leicht herauszufinden. Doch wenn es um ihre Tätigkeiten neben ihrem Hauptjob als Mitglied des Bundestages geht, wird es schon etwas schwieriger. Darüber spreche ich in der nächsten Folge von Unter der Lupe mit Britta Hasselmann, der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen. Wo ist der Unterschied zwischen Lobbyismus und Korruption? Und wie gefährlich ist die Macht von LobbyistInnen für unsere Demokratie? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pool Artists mit AWS Produktion Pool Artists und charmier Lieges Und Gabe McLeish und AnticSM식 und Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Eigentlich sollen Abgeordnete im Auftrag ihrer Wählerinnen und Wähler handeln. Doch was passiert, wenn stattdessen die Interessen einzelner Unternehmen in den Vordergrund rücken? Oder schlimmer noch, wenn Abgeordnete käuflich sind und ihr Amt missbrauchen? Der Übergang zwischen Lobbyismus und Korruption ist fließend. Das hat der Skandal um die Maskengeschäfte von Bundestagsabgeordneten im Frühjahr 2021 deutlich gemacht. Sich darum zu kümmern, dass mehr Masken geliefert werden, ist ja völlig legitim. Doch dafür als gewählte PolitikerInnen Provisionen in Millionenhöhe zu bekommen, ist es definitiv nicht. Wie sehr die Glaubwürdigkeit der PolitikerInnen unter Skandalen wie diesen leidet und was die Unterschiede zwischen Lobbyismus und Korruption sind, davon handelt unsere heutige Folge von Unter der Lupe. Zu Gast ist die Grünen-PolitikerIn Britta Hasselmann. Sie ist erste parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Sie sitzt im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und außerdem setzt sie sich für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit der politischen Interessenvertretung ein. Schön, dass Sie da sind, Frau Hasselmann. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Hallo zusammen. Gefährden Lobbyismus und Korruption die Glaubwürdigkeit von PolitikerInnen? Ja, absolut. Demokratie und Vertrauen in Demokratie ist eines der wichtigsten Dinge, die es gibt. Und wenn das beschädigt wird und wenn der Anschein erweckt wird, dass Politik käuflich ist, dass nicht mehr jede Stimme einer Bürgerin, eines Bürgers das gleiche Gewicht hat, dann ist es schlimm und das schadet dem Vertrauen in Politik massiv. Warum riskieren denn Abgeordnete, die ja mit 10.083 Euro schon eine überdurchschnittlich gute Einnahmequelle haben, durch Lobbyismus und Korruption sich selbst zu schaden? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch ganz oft. Denn ich war in meinem Leben vor der Politik, vor dem Abgeordneten sein, war ich Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin im sozialen Bereich. Ich weiß, was Menschen beruflich für Situationen haben, was sie verdienen, in welcher Lebenssituation Menschen sind. Und ich finde das einfach wirklich so abstoßend, weil es das Gefühl vermittelt von Raffgier und nimmer satt. Ja, den Hals nicht vollkriegen. Und das ist einfach ein Bild von Politikerinnen und Politikern, was da vermittelt wird. Das schadet insgesamt so dem Vertrauen in demokratische Institutionen und Menschen, die in der Politik aktiv sind. Was sind denn die entscheidenden Unterschiede zwischen Lobbyismus und Korruption? Also politische Interessenvertretung findet im Alltag in einem Parlament statt. Jede und jeder greift darauf auch zurück, wenn er oder sie sich beispielsweise eine Meinung bildet zu einem Thema Gesetzgebungsverfahren. Ja, dann spreche ich vielleicht auch mit dem BUND oder ich spreche mit der Lebenshilfe oder ich spreche mit Fridays for Future über Einschätzung oder ich spreche mit einem Unternehmen über eine Vorstellung, wie bestimmte Rahmenbedingungen in der Wirtschaftspolitik sind. Das ist erst mal nichts Schlimmes an sich. Politische Interessenvertretung findet statt, ob die mir jetzt in jedem Einzelfall gefällt oder nicht von der Initiative oder einem Verband, einem Unternehmen. So und das andere ist halt Lobbytätigkeit in seiner negativsten Ausprägung. Wenn einfach versucht wird, sich einen Vorteil zu verschaffen durch Lobbying. Und ich glaube, da ist der große Unterschied. Und bei politischer Interessenvertretung, da hilft nur Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Offenlegung. Deshalb treten wir seit langem dafür ein. Und bei der Frage, versucht jemand, sich einen Vorteil zu verschaffen? Vielleicht auch eine Einflussnahme über Geld oder über Einflussnahme auf Gesetzgebung. Da brauchen wir einfach klarere und schärfere Regeln, dies entweder zu verbieten oder hart einzugrenzen. Wann wird denn Lobbyismus zum Einfallstor für Bestechung? Wahrscheinlich sind da zum Teil Grenzen dann einfach fließend. Also wenn sich Abgeordnete zum Beispiel im Rahmen ihrer Arbeit für ein Anliegen einsetzen, ist das erst mal nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes. Ist das erlaubt? Wenn ich zum Beispiel in einer BürgerInnen-Sprechstunde im Wahlkreis auf Probleme oder Situationen angesprochen werde und gebeten werde, mich dafür einzusetzen, dann gehört das irgendwie zu meiner Aufgabe als Abgeordnete auch dazu. Aber wenn durch ein Engagement, durch ein Einsetzen für Vorteile entstehen oder Gegenleistungen erbracht werden, dann ist das schon etwas, was nicht geht, was auch heute nach den Verhaltensregeln des Deutschen Bundestages schon verboten ist. Die Gegenleistung, die Annahme von Geld oder Geldwertenvorteilen ist auch heute schon verboten. In den vergangenen Monaten sind ja mit der Maskenaffäre und auch dem Fall Wirecard Skandale rund um die Themen Lobbyismus und Korruption an die Oberfläche getreten. Können Sie anhand dieser Beispiele vielleicht noch mal kurz die Unterschiede zwischen Lobbyismus und Korruption aufzeigen? Ja, also hier, wenn man sich jetzt diese Vetternwirtschaft, persönliche Bereicherung, Geschäftemacherei rund um die Maskendeals ansieht, dann haben ganz offenkundig Abgeordnete versucht, sich persönliche Vorteile zu verschaffen und ihre Kontakte als Abgeordnete, ihren Zugang zu Ministerien genutzt, um Provisionen in Maskengeschäften zu kassieren. Das ist verwerflich. Das ist wirklich schlimm, denn wir sind gerade alle massiv betroffen von der Corona-Pandemie. Ganz viele Menschen erleben total viele Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit, haben existenzielle Sorgen und Nöte und im Moment finden ja Ermittlungen statt, auch wegen der Frage Bestechung. Und das sind natürlich ganz massive Vorwürfe Abgeordnetenbestechung. Es ist auch heute schon strafbar. Ich glaube, das stößt Menschen wirklich vor den Kopf und das erschüttert Vertrauen. Und das müssen wir jetzt ganz dringend wieder zurückgewinnen. Wie sieht es denn mit dem Fall Wirecard aus? Ja, beim Wirecard ist es so, da haben wir ja gemeinsam Grüne, FDP und Linke einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet, weil wir wissen wollen, warum hat eigentlich die Bankenaufsicht und auch das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium in seiner Aufsicht und Kontrolle so versagt. Und das wollten wir zuerst als Abgeordnete durch unser Fragerecht herausfinden. Wir haben ja jetzt auch schon als Abgeordnete ganz viele Möglichkeiten. Das gehört zu unseren Aufgaben, die Regierung zu kontrollieren. Und deshalb haben wir ganz viele kleine Anfragen gestellt, Sondersitzungen des Finanzausschusses, des Wirtschaftsausschusses gemacht. Die Bundesregierung aufgefordert, uns Rede und Antwort zu stehen, warum diese ganzen Dinge, die jetzt über gute Recherchearbeit von Medien rausgekommen sind, warum die den Aufsichtsbehörden nicht bekannt waren oder warum da weggeschaut wurde. Und dann hat das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium unheimlich gemauert. Und deshalb haben wir dann zu dritt, also Grüne, FDP und Linke gesagt, wir machen von unserem Recht Gebrauch. Wir beantragen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und diese Arbeit findet jetzt gerade statt. Es gab ja schon einige Sitzungen des Untersuchungsausschusses. Haben Sie schon Erfolg gehabt? Also wir stehen da ja noch mitten in der Aufarbeitung und es ist so, dass wenn ein Untersuchungsausschuss tagt, dann wird es immer am Ende einen Untersuchungsbericht geben, in dem halt festgestellt wird, was ist da zutage getreten, was haben wir rausgefunden und wo gibt es dringenden Handlungsbedarf für das Parlament, für den Gesetzgeber nachzusteuern, Veränderungen vorzunehmen, vielleicht schärfere Gesetze auf den Weg zu bringen. Und das läuft jetzt bei Wirecard noch. Ich glaube, aber jetzt steht schon fest, dass die Finanzaufsicht wirklich härter werden muss, dass das klarer sein muss. Und an den einen oder anderen Stellen gab es auch jetzt schon erste Reaktionen. So wurde zum Beispiel zu Beginn des Untersuchungsausschusses in der ersten Phase plötzlich öffentlich bekannt, dass Mitarbeiter ja auch an, also Aktien sozusagen an Wirecard hatten. Und wir haben uns gefragt, wieso ist das eigentlich möglich, dass diejenigen, die die Aufsicht darstellen, ja gleichzeitig Aktien an Wirecard hatten oder erste, also ja praktisch für sich gekauft haben. Untergraben denn Fälle wie Damaskenskandal und Wirecard die Demokratie? Ja, ich glaube, das hat einfach so eine öffentlich empörende Wirkung gehabt und hat sie immer noch. Natürlich haben wir in einer Demokratie dafür Sorge zu tragen, dass wir alle, alle BürgerInnen sozusagen von den gleichen Möglichkeiten, Einfluss, Beteiligung, Partizipation mit tun, ausgehen können, dass ihre und meine Stimme gleich viel wert ist. Und wenn man das Gefühl hat, Politik ist käuflich und Geld und Macht spielen eine Rolle und nicht das bessere Argument und ihre Stimme, dann ist das was, was Demokratie wirklich angreift. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt ganz schnell reagieren und andere Transparenzregeln, schärfere Veröffentlichungspflichten auch Änderungen bei der Parteienfinanzierung auf den Weg bringen. In Deutschland wird ja im Zusammenhang mit PolitikerInnen selten über Korruption gesprochen. Man spricht höchstens von Vorwürfen oder auch einem Verdacht. In anderen Ländern ist das häufig anders. Womit hängt das zusammen? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal. Deshalb ist klar, wir leben im Rechtsstaat, da gilt die Unschuldsvermutung. Und vielleicht ist das auch was, womit sich dann Menschen schwer tun, von vornherein harte Urteile zu bilden. Der zweite Punkt ist, glaube ich, weil man immer denkt, ja, wir sind doch so eine moderne Demokratie, in der Transparenz eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass die Eigenwahrnehmung da ganz anders ist als die gesetzliche Grundlage. Wir stehen im europäischen Vergleich miserabel da, wenn es um Transparenz, wenn es um Nachvollziehbarkeit und Offenlegung politischer Interessenvertretung geht. Und wir haben auch noch gar nicht so lange den Straftatbestand Abgeordnetenbestechung. Ja, und wir haben jetzt in der aktuellen Maskendeal-Affäre, reden wir ja auch über die Veränderung des Straftatsbestand Abgeordnetenbestechung. Und am Anfang war es so, dass CDU, CSU und SPD immer gesagt haben, wir müssen das Strafmaß erhöhen. Uns Grünen geht es um was ganz anderes. Wir wollen den Tatbestand breiter fassen, damit klarer wird, wann findet Abgeordnetenbestechung statt? Hat man überhaupt eine gesetzliche Handhabe, da aktiv zu werden? Und ich hoffe, dass wir in dieser Wahlperiode auch CDU, CSU und SPD noch dazu kriegen, das gesetzlich schärfer zu fassen. Ein weiteres Problem ist ja, dass der Paragraf so formuliert ist, dass es irgendwie schriftlich nachweisbar sein muss, dass Bestechung stattgefunden hat. Ja, eben. Also wir haben eine solch harte oder weiche, also wie man es auch nennen mag, also Formulierung des Tatbestandes, dass halt ganz viele Verdachtsmomente dann gar nicht darunter fallen. Und das muss sich ändern. Und am Anfang, als die ganzen Einzelfälle bekannt wurden, da haben auch Politiker der CDU, CSU und SPD immer gesagt, wir brauchen ein viel härteres Strafmaß. Und wir haben immer gesagt, nein, das kommt vielleicht öffentlich gut an, aber es geht nicht um das Strafmaß. Ihr müsst den Tatbestand viel klarer fassen, damit überhaupt Ermittlungen stattfinden können. Würden Sie also sagen, dass Deutschland ein Problem mit Korruption hat? Ja, Deutschland hat auf jeden Fall ein Problem, damit schärfere Transparenzregeln und auch klarere Tatbestände für Abgeordnetenbestechung zu schaffen. Und, also ich wundere mich einfach darüber, dass wir seit Jahren darum ringen, auch klarere und schärfere Regeln für die Parteienfinanzierung auf den Weg zu bringen. Ja, da gibt es unheimlich viel Widerstand. Zu diesem Schluss ist jedenfalls die Greco gekommen. Das ist die sogenannte Staatengruppe gegen Korruption des Europarates. Und das übrigens nicht zum ersten Mal. Die Greco hatte Deutschland nämlich sogar gerügt. Ihrer Meinung nach ist die Zeit zwischen dem Amt in der Politik und dem Wechsel in die Wirtschaft nämlich zu kurz. Und das ist nur einer der zentralen Kritikpunkte. Bei diesem Seitenwechsel spricht man auch vom sogenannten Drehtüreffekt. Das Problematische daran, die SpitzenpolitikerInnen kennen natürlich die Abläufe in den Ministerien und wissen dementsprechend, wann sie wo anklopfen müssen, um ihre Ziele durchzuboxen. Stellt eine große Firma eine ehemalige Spitzenpolitikerin als Lobbyistin ein, kauft sie quasi gleichzeitig auch ihre Kontakte mit ein und verschafft sich dadurch natürlich auch einen potenziellen Vorteil. Wie hilfreich ein solches Netzwerk sein kann, das zeigt sich auch am Beispiel der ehemaligen Wirtschafts- und Justizministerin Brigitte Zyprös. Die SPD-PolitikerIn war bis März 2018 Wirtschaftsministerin, hat aber mittlerweile schon diverse Posten in der freien Wirtschaft übernommen. Und die berühren ganz zufällig genau die Bereiche, die sie schon früher als Ministerin bearbeitet hat. Falls euch das interessiert und ihr mehr wissen wollt darüber, wie ehemalige Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel auch Sigmar Gabriel, ihre politischen Kontakte versilbern, schaut doch einfach mal auf der Seite von Abgeordnetenwatch vorbei. Unsere Recherche dazu verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Aber nochmal zurück. Um Interessenkonflikte durch solche Seitenwechsel möglichst zu vermeiden, gibt es seit 2015 eine sogenannte Karenzzeit. Das ist quasi eine Sperrfrist für PolitikerInnen. Das heißt, frühere MinisterInnen oder auch parlamentarische StaatssekretärInnen dürfen für mindestens ein Jahr keine Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes annehmen. Und wenn sie doch einen solchen Job annehmen wollen, dann berät vorher ein Gremium darüber, ob es dadurch zu Interessenkonflikten kommen könnte. Wenn ja, könnte das Gremium die Karenzzeit theoretisch um weitere sechs Monate, also dann auf insgesamt 18 Monate, verlängern. Die Frage ist allerdings, ob nicht sogar das zu kurz ist. Wir von Abgeordnetenwatch.de fordern daher, dass die Karenzzeit für mindestens drei Jahre gilt. Frau Hasselmann, ist die Karenzzeit von einem bis eineinhalb Jahren zu kurz, um Interessenkonflikte zwischen neuer und alter Stelle zu verhindern? Ja, wir Grüne haben uns dafür stark gemacht, dass sie länger ist, von vornherein länger ist. Denn natürlich gibt es im Gesetz die Regelung ein Jahr bis zu 18 Monaten, aber letztlich ist so die Regel ein Jahr. Und wir hatten von vornherein vorgeschlagen, warum machen wir es nicht eigentlich genauso wie die europäische Ebene. Ja, und da gab es aber keine Unterstützung dafür. Deshalb war ich ehrlich gesagt im ersten Schritt froh, dass überhaupt endlich eine Karenzzeitregelung verabschiedet wurde, dass es gesetzt wurde, letzte Legislatur. Aber wenn es nach mir geht und nach den Grünen, dann müssten wir hier deutlich nachlegen. Ich glaube, in der Europäischen Union ist sie zwei Jahre lang die Karenzzeit. Genau, also aber nicht sozusagen in der Spanne ein bis zwei Jahre, so wie hier ein Jahr in der Regel und manchmal 18 Monate, wobei ich mich an gar nichts erinnern kann, wo es 18 Monate war, sondern auf der europäischen Ebene ist es sofort zwei Jahre, von Anbeginn an. Es gibt ja ein Gremium, das darüber entscheidet, wie lange die Karenzzeit im schlimmsten Fall noch länger andauern kann. Wer sitzt denn da drin und entscheidet, ob es bei neuen Jobs der PolitikerInnen zu Interessenkonflikten kommen könnte? Ja, das ist eine Kommission, relativ klein, die von der Bundesregierung bzw. von den sie tragenden Fraktionen, also CDU, CSU und SPD in diesem Fall, eingesetzt wird. Da werden Menschen reinberufen, sozusagen, da haben die Vorschlagsrecht und die werden dann benannt. Das ist jetzt nicht so, dass das Parlament aktive PolitikerInnen benennt, sondern auf Vorschlag der Bundesregierung bzw. der sie tragenden Fraktionen werden Personen da reinbenannt, die nicht mehr aktiv im Parlament sind. Und in welchen Fällen würde das Gremium die Karenzzeit eines Ministers oder einer Ministerin verlängern? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Also wenn jetzt eine Ministerin oder ein Minister zum Beispiel während der laufenden Legislaturperiode in eine Funktion in der Wirtschaft wechselt. So jemand als Ministerin oder Minister hat eine Führungsfunktion gehabt, hat sehr weitreichende Kenntnis über sämtliche Gesetzesvorhaben. Und wenn so jemand dann in die Automobilindustrie wechselt oder in andere Bereiche der Industrie, in die Rüstungsindustrie oder wohin auch immer wechselt, dann braucht es aus unserer Sicht ganz dringend so eine Abkling-Abkühlphase, bevor jemand dann in eine Beratungstätigkeit oder Leitungsfunktion eines Unternehmens geht. Empfinden Sie es denn generell als problematisch, dass SpitzenpolitikerInnen nach ihrer Bundestagskarriere als Lobbyisten arbeiten können? Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in was für Bereichen. Also ich halte es für hochproblematisch, wenn Minister ausscheiden und ohne einen Karenzrahmen, wie das bis vor der letzten Legislaturperiode war, in andere Bereiche wechseln können, der Wirtschaft und dann ihr Wissen, ihr Know-how über Gesetzgebung mitnehmen und dann ohne abzuklingen, abzukühlen dahin gewechselt sind. Solche Einzelfälle gab es immer wieder. Die wurden auch alle öffentlich diskutiert. Dann regten sich viele auf und passiert war aber nichts. Und in der letzten Wahlperiode wurde dann irgendwann der Druck so groß, dass wir in Deutschland eine Karenzzeitregelung überhaupt nicht gesetzlich erfasst hatten, dass dann gehandelt wurde. So, deshalb war ich natürlich einerseits erst mal froh, dass es überhaupt eine Karenzzeitregelung gesetzlich vorgeschrieben dann gab. Und der geringe Zeitrahmen hat uns aber natürlich nicht gepasst. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich finde, dass Menschen, die jetzt Abgeordnete sind, das ist ein Mandat auf Zeit und die sollen aus möglichst unterschiedlichen Lebensbiografien und auch Arbeitsfeldern kommen. Ich fände es überhaupt nicht gut, wenn alle nur aus dem öffentlichen Dienst kämen, weil wir ja auch wollen, dass die Vielfalt und die Breite sozusagen unserer vielfältigen Gesellschaft abgebildet wird, wird sie leider viel zu wenig. Ist aber vielleicht ein anderes Thema. Aber gucken Sie einmal auf den Bundestag und Sie sehen, dass die Vielfalt unserer Gesellschaft, die wir ja eigentlich alle so gut finden, dass die sich leider nicht richtig abbildet im Bundestag. Und dafür müssen wir verdammt viel tun. Aber ich will natürlich nicht, dass nur Menschen, die Rückkehrrecht in ihren alten Beruf haben, weil sie im öffentlichen Dienst sind, Abgeordnete werden können, sondern dass auch andere Leute, die vielleicht selbstständig waren oder die ja in der freien Wirtschaft waren oder Handwerkerinnen, dass auch die in den Deutschen Bundestag kommen. Und auch die müssen sich ja nachher überlegen, was machen sie nach einer Bundestagszeit. Ein populäres Beispiel für so einen Seitenwechsel ist der ehemalige CDU-Politiker Eckart von Kleden. Der war Staatsminister im Kanzleramt, bevor er dann Cheflobby ist, beim Autohersteller Daimler geworden ist. Und ja, das war schon 2013. Damals gab es die Karenzzeit noch nicht. Aber man muss dazu sagen, die Staatsanwaltschaft hat damals ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, weil er übergangslos aus der Politik in die Wirtschaft gewechselt ist. Und so ein bisschen auch der Vorwurf laut wurde, von Kleden sei bei Entscheidungen der Regierung schon von Daimler beeinflusst worden. 2015 wurde das Verfahren zwar eingestellt, aber ist es nicht ein strukturelles Problem, dass Politiker in Gesetze vor ihrem Wechsel in die Wirtschaft zugunsten ihres neuen Arbeitgebers beeinflussen können? Klar, das sind dann immer so Situationen, wo plötzlich der Fokus darauf ist, zu Recht der Öffentlichkeit und alle sich aufregen. Und wir aber nach dem Aufregen dringend uns darum kümmern müssen, dass das gesetzlich so nicht mehr möglich ist. Und dass es da klare Regeln braucht. Wenn in Deutschland das Wort Lobbyismus fällt, hinterlässt das oftmals einen ziemlich bitteren Beigeschmack. Dabei ist Lobbyismus nicht per se schlecht. Er ist sogar ziemlich elementar für die Politik, denn schließlich können sich Abgeordnete nicht auf jedem Themengebiet richtig gut auskennen. Haben sie eine Wissenslücke, müssen ExpertInnen, zu denen eben auch LobbyistInnen zählen, ihnen weiterhelfen dürfen. Problematisch wird das allerdings, wenn sich weniger finanzstarke Unternehmen oder auch zum Beispiel NGOs keine Interessenvertretung leisten können und dadurch auch ein Ungleichgewicht entsteht. Hinzu kommt, es muss transparent sein, wessen Stellungnahmen in Gesetze einfließen und vor allem auch, mit wem sich MinisterInnen und Staatssekretäre so treffen. Dafür braucht es ein sogenanntes Lobbyregister. Und zwar eines, das deutlich weitergeht als das, was im März beschlossen wurde. Weil unklar ist, inwiefern das neue Lobbyregister tatsächlich dazu beiträgt, geheimen Lobbyismus zu verhindern, hat Abgeordnetenwatch zusammen mit Lobbycontrol einen eigenen Gesetzentwurf für ein Lobbyregister erarbeitet, den ich euch ebenfalls in den Shownotes verlinke. Was sagen Sie denn zum gerade neu beschlossenen Lobbyregister, Frau Hösselmann? Ja, also erst einmal war es so, dass ich sehe, dass CDU, CSU und SPD nur handeln in diesen Transparenzfragen, wenn Druck da ist. Wir haben jahrelang gemeinsame Transparency, Abgeordnetenwatch, Lobbycontrol, vielen Nichtregierungsorganisationen, aber auch sogar mit einer Interessenvertretung, Lobbyallianz, in der sich ganz viele Initiativen und Verbände und Wirtschaftsunternehmen zusammengeschlossen haben, für ein gesetzliches Lobbyregister gekämpft. Und wir sind regelmäßig an der Blockade der CDU, CSU gescheitert. Also ich selbst habe das jetzt acht Jahre lang begleitet, immer für die Grünen, für ein gesetzliches Lobbyregister gestritten. Und immer war klar, nein, es kommt nicht. Und jetzt, als diese ganzen Fälle Amthor und Augustus Intelligence und dann diese Maskendeals, persönliche Bereicherung, Korruptionsvorwürfe im Raum standen, da war plötzlich der Druck so groß, dass wir jetzt endlich, endlich ein gesetzliches Lobbyregister beschlossen haben. Aber in diesem Lobbyregister fehlt etwas ganz Entscheidendes, nämlich der legislative Fußabdruck. Das sichert uns, PolitikerInnen, aber auch Ihnen und euch allen, dass man nachvollziehen kann, wer hat an einem Gesetzgebungsverfahren mitgewirkt, wer hat Einfluss genommen, wer geht in Ministerien ein und aus und nimmt Einfluss auf die Entstehung eines Gesetzes. Das kann man regeln, dass man das erkennen kann durch einen legislativen Fußabdruck. Und deshalb haben wir den für so zentral und so wichtig gehalten. Und ja, das war was, das ist dann leider nicht im Gesetz verankert worden, weil CDU, CSU und SPD das nicht wollten. Also glauben Sie nicht, dass das Lobbyregister schaffen wird, was es verspricht? Also sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall besser als der Status Quo. Ja, weil heute gibt es eine alte Verbändeliste, nach der man Hausausweise bekommt und in den Bundestag kommen kann. Und das ist natürlich alles völlig unzureichend. Und bei dem Lobbyregister verbessert sich jetzt schon ein bisschen was dadurch, dass sich alle registrieren lassen müssen, Verbände, Initiativen, die hier Einfluss nehmen, die Zugang zu den Häusern haben wollen, also Parlament und Ministerien und Bundesregierung. Und das ist alles natürlich besser als der alte Status Quo, auf jeden Fall. Und es gibt auch Nachweispflichten und ja, es gibt auch eine kleine Sanktionsregelung und, 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 und. Aber wichtig ist halt jetzt nicht locker zu lassen und zu denken, ah ja, wir haben doch ein tolles Lobbyregister und jetzt ist alles gut. Sondern wir müssen jetzt weiter den Druck aufrechterhalten, zu sagen, ja, das ist ein erster Schritt, dieses Lobbyregister und es ist viel besser als der Status davor. Aber wir brauchen unbedingt einen legislativen Fußabdruck, damit klar ist, wer nimmt Einfluss auf Gesetzgebung. Kurz nachdem das Lobbyregister beschlossen wurde, hat Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der Union, den wir ja auch schon zu Besuch hatten, strengere Transparenzregeln für Abgeordnete verkündigt. Waren Sie überrascht darüber? Ja, denn es war der Tag, an dem Grüne und Linke ihre Antragsinitiativen zum Thema schärfere Gesetzgebung bei Transparenz und Lobbyismus im Bundestag vorliegen hatten. Wir wussten alle, die CDU, CSU insbesondere steht total unter Druck. Denn man kann an der Stelle nicht mehr von Einzelfällen reden, sondern muss über ein strukturelles Problem reden. Denn wir wissen, dass schon ganz viele Affären vorher da waren, die was mit Verstrickungen, Geld, Einfluss und Macht zu tun hatten. Und in dieser Situation des öffentlichen Drucks und der Tatsache, dass wir Vorschläge gemacht haben und Erwartungen formuliert haben, parlamentarische Initiativen vorgelegt haben, kam dann die Ankündigung, jetzt sind wir auch für mehr Transparenz. Wirkte so ein bisschen wie ein Befreiungsschlag. Welche drei Beschlüsse der Transparenzregeln finden Sie denn besonders wichtig und gut? Also ich finde wahnsinnig wichtig, dass demnächst Nebentätigkeiten auf Euro und Cent veröffentlicht werden müssen. Das war bisher nämlich nicht so. Es gab Stufen und bei diesen Stufen waren die Spannen unheimlich groß. Und wir als Grüne haben zum Beispiel seit Jahren gefordert, dass alle Nebentätigkeiten auf Euro und Cent veröffentlicht werden, damit jede und jeder weiß, was verdienen Abgeordnete, in welcher Nebentätigkeit eigentlich im Jahr. Und der zweite Punkt, dass entgeltliche Lobbytätigkeit verboten wird. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Denn das Abgeordnetengesetz schreibt schon ganz lange vor, dass im Mittelpunkt meiner Tätigkeit als Abgeordnete die Wahrnehmung meines Mandates, meine Arbeit im Deutschen Bundestag und im Wahlkreis stehen muss, die Arbeit als Abgeordnete. Und mein Eindruck ist, das haben einfach viele Abgeordnete über eine ganze Zeit lang ignoriert. Und das wurde toleriert. Ich finde auch richtig, dass die Annahme von Geld für Vortragsreihen oder Vorträge demnächst verboten wird. Und dass Spenden an Abgeordnete auch nicht mehr erlaubt sind. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, welche Einflüsse auf Abgeordnete wirken und wo und wie viel sie nebenbei arbeiten und verdienen? Ja, weil natürlich die Tätigkeit des Abgeordneten, der Abgeordneten im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen soll. Und ich soll mir ja hier im Deutschen Bundestag bei der Gesetzgebung frei und unabhängig meine Meinung bilden und an der Gesetzgebung mitwirken. Und da sollen halt nicht die Interessen Dritter eine Relevanz haben. Ja, wir sollen eben nicht bestechlich sein, eben nicht beeinflussbar sein im negativen Sinne, sondern wir sollen unser Mandat frei ausüben. Und deshalb bekommen wir ja auch eine Abgeordneten-Diät und eine Kostenpauschale von über 10.000 Euro plus 4.500 Euro. Ja, und das ist ja im Vergleich zu vielen Menschen in anderen Berufen sehr, sehr viel. Das soll ja unsere Unabhängigkeit auch garantieren. Natürlich haben viele Abgeordnete auch ehrenamtliche Engagements, weil sie sich in irgendwelchen Vereinen bei sich vor Ort engagieren. Aber es gibt halt auch viele, die haben unheimlich hohe Anzahl von Aufsichtsratsmandaten, Beratungsgesellschaften. Und ich frage mich die ganze Zeit schon als Abgeordnete mit großer Leidenschaft hier als Parlamentarierin aktiv, der Tag hat doch nur 24 Stunden. Wann machen die das denn eigentlich alles? Und wie kann man eigentlich für Beratungstätigkeit eine halbe Million nebenher verdienen? So, das ist mir schleierhaft. Und da stoßen wir auch immer wieder an Grenzen des Paragrafen 44 im Abgeordnetengesetz. Der hat klar gesagt, meine Abgeordnetentätigkeit muss im Mittelpunkt der Ausübung meines Mandates stehen. Nun sind LobbyistInnen ja sehr geschickt darin, sich mit PolitikerInnen zu vernetzen. Ein Beispiel, was mir da einfällt, sind auch parlamentarische Abende oder auch Frühstücke, die von Unternehmen oder Verbänden und Vereinen ausgerichtet werden. Bei gutem Essen kommen Lobbyisten und PolitikerInnen miteinander ans Gespräch. Geht der Lobbyismus hier zu weit oder ist das noch vertretbar? Also ich glaube, das kommt ganz aufs Format an und auf die Ausgestaltung eines parlamentarischen Abends oder eines parlamentarischen Frühstücks. Ja, also der Rahmen und die Frage, was findet dort statt? Findet dort ein inhaltlicher Austausch zum Beispiel über ein Gesetzgebungsvorhaben statt? Oder was steht da im Mittelpunkt eines solchen Programms? Ja, wenn ich zum Beispiel zu einem parlamentarischen Frühstück von Transparency gehe, wo wir über die Frage Lobbyallianz und Forderungen der Lobbyallianz gehen, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Jede und jeder kann wissen, dass ich da bin. Und es ist klar, worüber diskutiere ich da in diesen anderthalb Stunden. Ja, und wenn ich zu einem parlamentarischen Abend der Lebenshilfe gehe und wir über das Bundesteilhabegesetz fünf Inputs bekommen und ich denke, wow, das ist ja total interessant für meine Meinungsbildung, dann hat das was Bereicherndes, hat aber natürlich nichts mit Bereicherung zu tun. So, und deshalb kommt es, glaube ich, sehr darauf an, was ist die Intention? Was ist die Absicht? Wie ist das Programm? Es gibt ganz viele Sachen, da würde ich nie hingehen, weil ich denke, was soll der Benefit sein? Haben Sie da ein Beispiel vielleicht? Also ich war mal irgendwann, der Verband heißt jetzt gar nicht mehr so, seinerzeit beim Verband der Zigarettenindustrie. Und da gab es einen Vortrag über, warum Passivrauchen nicht schädlich ist. Ja, sorry, da ist meine Zeit zu kostbar. Dann gehe ich lieber heim oder sitze am Schreibtisch und mache noch ein paar Mappen oder beantworte E-Mails. Aber da habe ich mir meine Meinung gebildet. Da brauche ich keinen Abend für und auch keinen Vortrag. Kann man denn sagen, dass LobbyistInnen den politischen Kurs der Fraktionen mitbestimmen? Also so generell würde ich, grundsätzlich würde ich das so nicht sagen. Lobbyismus, politische Interessenvertretung findet statt. Ja, im Parlament, rund um das Parlament, auch in Bezug auf Fraktionen, auf Abgeordnete. Ich glaube, dass jeder Abgeordnete sich einfach bewusst sein muss. Ja, also wie bilde ich mir meine Meinung? Wo findet Interessenvertretung statt? Und dass es klare Regeln dafür geben muss. Wird denn die Macht der LobbyistInnen zum Problem für die Demokratie? Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir versuchen, die in klare Grenzen und Gesetze, also die einzuhägen. Ja, und deshalb sind solche mangelhaften Gesetze oder Gesetze, auf die wir so lange gewartet haben, ja, wie ein gesetzliches Lobbyregister, wie ein legislativer Fußabdruck oder wie schärfere Transparenz und Veröffentlichung, Darlegungspflichten für Abgeordnete. Auch die Änderung der Abgeordnetenbestechung, so wichtig. Wir brauchen einen klaren Rahmen dafür, damit einfach ein für allemal klar ist, Politik ist nicht käuflich. Und aller Anschein, dass das so sein könnte, dem müssen wir entgegentreten durch eben Transparenz, Offenlegung und Nachvollziehbarkeit und klare und eindeutige Gesetze und strikte Regeln. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hasselmann. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die spannenden Fragen und auf bald. Das Gespräch zeigt mal wieder, das Thema ist viel schichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Lobbyismus per se zu verteufeln, bringt uns kein Stück weiter. Als PolitikerInnen kann man ja gar nicht alle Auswirkungen, Konflikte und Probleme kennen, die beispielsweise nach Verabschiedung eines Gesetzes auf Unternehmen zukommen könnten. Der Austausch mit ExpertInnen und LobbyistInnen ist also essentiell. Aber, und das muss ich hier betonen, Lobbyismus findet oft einseitig statt, weil eben große Unternehmen oder Verbände viel mehr Geld in ihre Interessenvertretung pumpen können, als kleinere Organisationen und Gruppierungen, wie zum Beispiel MieterInnen-Vereine oder auch Abgeordnetenwatch. Es braucht nämlich Zeit und vor allem Menschen, die sich mit den Themen auseinandersetzen und mit den PolitikerInnen sprechen. Die Interessenvertretung gerät dadurch in Schieflage. Deshalb muss nachvollziehbar sein, wer mit wem spricht und welche Forderungen stellt. Mit den neuen Transparenzvorschriften für Abgeordnete sieht die Lage zumindest etwas besser aus. Aber, und das versteht sich von selbst, in erster Linie kommt es auf die Umsetzung an. Wenn diese Folge mit Britta Hasselmann euer Interesse an den Themen Lobbyismus, Korruption und Nebentätigkeiten geweckt hat, schaut doch einfach mal bei Abgeordnetenwatch.de vorbei. Dort findet ihr spannende Recherchen von uns zu genau diesen Themen. Ein weiteres Kernthema von uns sind Parteispenden. Und genau darüber habe ich mit dem FDP-Abgeordneten Konstantin Kuhle gesprochen. Er hat mir verraten, wie viel Geld er jährlich als Abgeordneter an die FDP spendet und warum die Partei diese Beträge braucht. Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum Unternehmensspenden an Parteien problematisch sind und wieso dadurch Vorteile für die etablierten Parteien entstehen. Also, bis in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de Konzept und Redaktion Lea Briand und Josefine Andreoli Produktion Pool Artists und sieben aus Fl Pittsburgh